Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Mein bunter Krabbelkäfer. Mein bunter Krabbelkäfer ist ein Kinderspiel ab drei Jahre. Es können aber durchaus schon jüngere Kinder spielen. Die Elina hat den Marienkäfer hier an ihrem Handgelenk und der will natürlich mit farbigen Punkten ausgestattet werden. Deswegen wird gewürfelt. Aber ich habe es hier hingelegt, hier dran gemacht, dass du auch dran kommst. Genau. Und wenn ich hier hätte, dann kommst du gar nicht dran. Das ist lieb von dir. Deswegen kriegst du auch den Würfel, weil der jüngste Spieler kriegt auch den Würfel und derjenige würfelt. Jetzt würfel mal, dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt haben wir gleich keine Farbe, sondern den Käfer und dann nehme ich den hier. Für den Papa ist es ein bisschen schwierig und mache den mal hier meinen Hand dran. Nicht da noch und da. Genau. Gelbiger. Was machst du? Und grün. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt kriegst du ihn. Und das geht so lange, bis alle farbigen Punkte hier auf dem verteilt wurden. Und wer dann den Marienkäfer noch hat, der hat das Spiel gewonnen. Oh nein. Du hast gewonnen. Wer hat gewonnen? Ich. Du hast gewonnen, weil du hast den letzten farbigen Punkt bekommen. Und der kommt jetzt hier hin. Das ist mein Punkt. Und ich sage Tschüss. Bis bald mal wieder. Willst du auch noch winken in die Kamera? Tschüss. Ich kann nur mit einem Finger. Kannst du mit einem Finger? Tschüss? Wir sehen uns nicht. Ich glaube, es kommt überator. Also Im Untertitelung des ZDF, 2020